Musik Die Totenfeier für Mahatma Gandhi gestaltete sich zu einem Ereignis von einfacher Würde und eindringlicher Größe. 700.000 Menschen aller Rassen, Kasten und Glaubensbekenntnisse gaben dem großen Toten das letzte Geleit. Auf dem Wege zu der Verbrennungsstätte wurde seine Bahre mit Blüten und Rosenblättern überschüttet. Auch die Unberührbaren, die Parias, für die sich Gandhi sein Leben lang eingesetzt hatte, nahmen an der Prozession teil. Musik Sechs Stunden lang bewegte sich der Zug zum Ufer des Jumna-Flusses. Hier wurden die sterblichen Überreste Gandhis den Flammen übergeben. Auch der britische Generalgouverneur Viscount Mountbatten war mit Frau und Tochter anwesend und saß nach Landessitte unter den Trauernden. Die andächtige Menge begleitete die feierliche Zeremonie mit dem Ruf Mahatma Gandhi ist unsterblich. Die Stelle, an der Gandhi ermordet wurde, bleibt für immer ein Wallfahrtsort. Mahatma Gandhi war inmitten einer unruhvollen Welt ein Apostel der Toleranz, der Gewaltlosigkeit und des Glaubens. Die Kraft seines Geistes war die stärkste Waffe des Friedens. Seine Asche wurde nach tausendjährigem Ritus den Wassern der heiligen Flüsse Indiens übergeben. Musik Musik